Klimaschutz, das ist neben der Seelsorge eines der Hauptthemen der Landessynode. Der Vorschlag ist, sich verbindlich das Ziel zu setzen, bis 2035 treibhausgasneutral unterwegs zu sein. Dies stößt auch auf breite Zustimmung in der Synode. Zugleich ist dann die entscheidende Frage, wie der Weg dorthin beschritten wird. Zum einen wird deutlich, wir sind schon längst auf dem Weg. Nur ein Beispiel, ich stehe hier auf dem Vorplatz unseres Gemeindehauses in St. Augustin-Niederpleis. Eine Solaranlage arbeitet auf dem Dach des Gemeindehauses und das Pfarrhaus, es ist ganz in Rot. Es ist energetisch saniert worden. Und wir, hier in Niederpleis, sind bei weitem nicht die Einzigen. Vieles hat sich verändert in der Kirche im Rheinland. Und zugleich liegt noch ein langer Weg vor uns. Viele Gebäude, die im Betrieb 80% unserer Emissionen verursachen, müssen teils grundlegend saniert werden. Und generell müssen wir weiter an unserer Haltung mit Blick auf Mobilität und Beschaffung arbeiten. Dies wird finanziell wie personell eine riesengroße Kraftanstrengung. Wie wir diese angehen, wird die Synode neben anderen in den kommenden beiden Tagen im Plenum diskutieren. Mitverfolgen kann man es auf dem YouTube-Kanal der Landeskirche. Es wird spannend.